hallo und herzlich willkommen zu einem unboxing ja ihr wisst ja dass ich öfter mal so abo boxen bemängele ja weil es mir halt nicht nur um die produkte geht die drin sind sondern ich das gesamtpaket einfach anschaue wie kundenservice dann was ist denn das werbeversprechen von der box und was ist halt letztendlich auch drin lieferung wie ist das ananas ja nichtsdestotrotz habe ich verschiedene boxen auch abonniert aber ich zeige die oft nicht weil ich dafür keine werbung machen möchte weil ich nicht zu 100 prozent zufrieden bin und dann ja dann mache ich da einfach auch keine werbung dafür jetzt zum beispiel für glossy box ich habe die abonniert immer mal wieder jetzt aktuell auch schon wieder seit ein paar monaten aber ich zeige sie halt einfach nicht und ich habe mir jetzt letztens auch die pink box bestellt weil ich ein angebot gesehen habe auf instagram was hat die dann noch gekostet zehn euro oder so und dann habe ich die box halt bekommen und dann habe ich vergessen zu kündigen und jetzt habe ich die nächste box auch noch bekommen ja das lag aber an mir genau pink box ich weiß gar nicht mehr was das für ein monat hier ist das bin ich ja schön dass drin steht du bist schön und ich finde es auch schön dass die box viereckig ist und nicht so quad nein doch viereckig ist also quadratisch und nicht so rechteckig wie jetzt die anderen boxen das wollte ich sagen genau habe heute keinen kaffee getrunken ich wollte mir jedes mal kaffee machen habe es immer vergessen keine ahnung was los ist ja und ich habe frosch im hals und ich war schon 6 uhr 44 wach keine ahnung ja hier sind jede menge werbe zettel tränen heftchen und ein produkt lag noch daneben das ist das hier das ist ein rasierer von balea ja ich habe ein schillett fusion ist und männer rasierer fünf klingen da muss ich jetzt auch wieder klingen bestellen aber solange kann ich jetzt mal den austesten ja finde ich eigentlich ganz gut dann ich muss auch sagen dass die vorherige box auch gut fand da warten parfüm mit drin ich hole schnell ja es war ein paar viel mit drin und zwar das hier ist meine letzten box wir hätten zwei verschiedene drin sein können und da gefällt mir der duft tatsächlich leider nicht so gut ich dachte dass mir der duft gefällt vielleicht hätte mir der von dem anderen parfüm einfach besser gefallen keine ahnung ja das kommt dann in meine schublade für die verlosungen ja die box an sich war gut persönlicher geschmack ist das halt einfach genau dann ist noch eine zeitschrift mit drin die couch ich muss sagen ich finde die persönlich nicht so interessant interessiert mich nicht ich habe eine couch und warum soll ich mir da jeden monat irgendwelche neuen sofas angucken und möbel ja die wohnung ist doch voll ja kann die kleine was ausschneiden genau jetzt kommen wir zur box meine haare bleiben immer hier an den karton hängen deswegen mache ich den auch mal runter also produkt 1 rasierer balea drogerie produkt aber die pink box wirbt ja auch damit das drogerie drin ist genau dann öffne ich das schleifchen ich habe die box schon angeschaut deswegen ist es jetzt kein überraschungseffekt aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen das ist die box form jetzt habe ich es immer noch nicht gesagt ich denke es ist die box vom oktober weil wir ja jetzt auch erst seit zwei tagen november haben das ist das heftchen dazu get ready with me heißt das und deswegen bin ich auch davon ausgegangen dass halt auch kosmetik drin sein wird ja schauen wir mal als erstes war der rasierer drin finde ich auch gut thema getroffen dann ist das hier mit drin finde ich interessant ich kenne die marke nicht ich gucke ja immer die unboxings von emilia wolder ich verlinke euch mal ihren kanal das ist super witzig also die videos müsst ihr euch anschauen die sind super lustig also super lustig genau und bei ihr habe ich das meine ich mal gesehen dass sie davon handcreme hatte aber das hier ist jetzt eine gesichts creme ja mit handcreme ja kriegt ihr mich nicht das finde ich ja furchtbar da benutze ich ja immer nur die einen selber schon seit 15 jahren wenn es reicht was ist das aus lapland eine creme 25 milliliter kosten 15 euro wie viele milliliter sind denn hier drin ja okay es ist ein original produkt krass und ist auch meistens so dass ihr wenn das eine vergangene box ist dann bekommt ihr die immer über werbeanzeigen oder codes guckt da einfach mal wenn ich was finde dann mache ich in die infobox schaut da rein dann kriegt ihr den meistens für zehn euro ja dann was mit drin war ich habe ja auch ein beauty profil ausgefüllt und ja also was mit drin war dieses silber shampoo und ja aufhell shampoo ich möchte meine haare nicht aufhellen ich gehe zum friseur ich habe jetzt sogar mir den ansatz nicht ganz so hell färben lassen ich habe also ich war schon beim friseur es ist gefärbt worden wie man sieht aber ja hier sieht man jetzt den rand weil ich das ja ein bisschen dunkler haben wollte und jetzt weiß dass das erste mal machen lassen habe ist das jetzt halt mal noch so ich wollte keine strähnen durchziehen bis runter genau so ja also das werde ich dann mal verlosen weil ich kann damit nichts anfangen ich gehe nicht zum friseur und versau mir dann mit damit die haare ich habe ich angst dann war mit was kostet das ich glaube das war auch nicht so günstig touch of silver ich kenne die marke auch nicht provoke je 150 milliliter ja 3 95 also ja wer das benutzt coole sache 8 euro auf jeden fall ja dann war mit drin haarspray benutze ich so gut wie nie finde ich aber schön l'oreal sieht schön aus die größe ist gut ich habe ja hier moment so rum diese ganz große flasche ich habe früher öfter haarspray benutzt jetzt gar nicht mehr und jetzt sozusagen vergammelt ihr fast ich habe nämlich hier auch noch so ein kleines das reicht mir also ich werde mal gucken ob ich irgendwie meine mutter oder irgendjemanden finde der häufig haarspray benutzt und dann wird die flasche auch aussortiert weil was soll es bei mir rumstehen und das werde ich dann höchstwahrscheinlich entweder mal in den vorrat legen weil ich jetzt nur noch dann diese kleine flasche habe wenn ich jetzt auch verlost mal gucken aber ich finde es an sich cool uns interessiert mich auch das produkt von l'oreal ich kenne das nicht man kann sich riechen finde ich cool 150 milliliter kosten 7 95 das nächste produkt was in der box war ist die lidschattenpalette von rivalde lubiang xxl glam an sich eine lidschattenpalette cool rivalde lubiang finde ich jetzt auch nicht schlecht ich habe ein paar sachen davon da es sind nur nicht meine töne ja das ist mir irgendwie einfach viel zu dunkel ich würde das vielleicht höchstens mal austesten ich habe auch überlegt ob ich das alles in also in diesem unboxings video jetzt mal testen soll aber ja dann benutze ich jetzt einmal teste es und dann liegt es hier rum deswegen habe ich gedacht ich mache es für eine verlosung mac da da haben alle mehr davon dann was kostet die palette ich glaube die ist auch gar nicht so teuer 299 für die ganze töne also absoluten ordnung dann war mit drin finde ich richtig cool da freue ich mich aber ich finde an sich die box cool auch wenn jetzt relativ wenig für mich dabei ist aber an sich finde ich cool und es ist relativ viel drin von altera diesen primer anti stress primer lavendel ja jetzt kommt wieder lavendel mag ich nicht aber das geht vom duft ist schon stark aber ich habe das auf der hand getestet kommt hier mit so einer pipette sieht sieht schon total leer aus schon bis hierhin ich habe das nur mal auf der hand getestet und da ist der duft auch relativ schnell verflogen von daher ja ich kriege jetzt kein brech reiz oder so von lavendel durfte ich bevorzuge es einfach nur nicht ich würde es mir nicht kaufen wenn da lavendel drauf steht aber jetzt habe ich es da ich werde ausprobieren und an sich also auf dem handrücken hat es mir ganz gut gefallen und dann ja mein highlight produkt von trend it up ein lippenstift ja was kostet denn der primer das wäre vielleicht auch noch interessant zu wissen 399 ist auch völlig in ordnung und ja gibt es halt bei rossmann ne ja ist ja diese naturkosmetik marke von rossmann genau und dann trend it up 2 gramm 345 und die farbe finde ich richtig cool ich mag auch diese lippenstifte zum klicken ich habe einige davon da die farbe mega und ich habe jetzt nur so ein lippenöl drauf ich werde ihn mal auftragen dann haben wir wenigstens ein produkt getestet lässt sich auch super einfach damit auftragen ja gefällt mir also ich ich finde ihn richtig schön und zwar ist das die 0 20 kann ich empfehlen finde ich toll und ja das war die box hat mir wirklich gefallen ich werde auf jeden fall behalten die creme hier werde ich mal austesten interessiert mich dann den rasierer primer lippenstift also vier sachen schon mal das werde ich mir überlegen wenn ich die flasche hier losbekomme dann wird es auf jeden fall erstmal bei mir bleiben weil ich schon interessant finde und ja das shampoo ist so ein bisschen fail muss ich sagen ja es ist für blonde haare aber ich habe jetzt da kein kein gelbstich drin und ich möchte sie auch nicht aufhellen deswegen ja und das hier vielleicht passt relativ gut zusammen vielleicht mache ich mal so ein so eine lila verlosung das wäre es doch ja das war das unboxing ich hoffe euch hat es gefallen etwas spät aber immerhin ja lasst mir gerne ein abo und einen daumen nach oben da ich wünsche euch einen wunderschönen tag macht's gut tschüss 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 tschüss